Der Zoner Microphone mit Update 18.10 und zwar sehen wir hier, Steamy Stacks ist jetzt zerstört worden. Der Wurfel ist hier auch schon auf der Flucht, der hat hier unten ein Riesenloch reingeschlagen. Wir gucken uns das Ganze hier mal ein bisschen aus der Nähe an. Unser Dunkler Chonessy ist hier auch noch am Loch am Schillen, kommt auch noch nicht drauf klar, was hier gerade passiert ist. Und jetzt suchen wir uns erstmal eine Waffe und dann gucke ich mir das unten mal ein wenig genauer noch an. Hier direkt eine epische Truhe, wie soll es auch anders sein, mit einer Golden Scar. Jetzt zicke ich hier mal kurz runter und mache hier mal kurz klar Schiff. Mein Name ist jetzt noch nicht so ganz aufgeregt, aber egal, es reicht noch hier für die zwei Typen. Und jetzt gucke ich mir das hier mal an. Hier unten ist Wasser drin, ein bisschen Strom, Leitungen hängen hier raus. Also ihr könnt ja auch hier runter springen und hier ist auch die Mega-Camper-Ecke des Jahrhunderts. Also hier unten, wenn ihr mal ein bisschen live regenerieren wollt oder einen Gegner erwarten wollt, geht einfach drücken hin. Ansonsten könnt ihr hier noch ein bisschen hochlaufen, hier ist keine Schwerkraft oder sonstiges, ganz normale Bedingungen. Einfach hier ein bisschen rumlaufen, sieht ganz cool aus. Aber wir wünschen uns natürlich einen neueren Ort und ich hoffe, das wird auch noch im Laufe der Season kommen. Ansonsten, ja, so sieht das Ganze aus. Hat sich nicht so viel getan, wie ich finde, aber ist ganz okay. Besser als nichts, sagen wir es mal so. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Änderung. Da gab es noch ein neues Item, was heute ins Spiel gekommen ist. Das könnt ihr entweder bekommen, wenn ihr einen Lama killt. Das droppt nämlich nicht mal die Saufkanone, sondern jetzt hier die Chili-Saufpack. Sechs Stück an der Zahl, ein exotisches Item, was euch 20 Leben gibt. Und einen Geschwindigkeits-Boost, als würdet ihr eine Chili essen von einer ganzen Minute. Und das ist mega heftig. Wenn ihr jetzt keinen Lama findet, könnt ihr das auch bei der frechen Burst hier kaufen. Der verkauft auch direkt nochmal die Saufkanone, falls ihr die suchen solltet. Ansonsten, mega heftiges Item. Das gibt natürlich euren Team jetzt denselben Boost. Und dann könnt ihr hier richtig abrocken. Hier seht ihr nochmal 20 Leben wird ringeriert. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch auf meinem Channel seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns heute.